Okay, weiter geht's mit Goldenstern. Hätten die Entwickler was anderes machen können. Ja, Vorbereitung fertig. Kurs halt. Oder Kurs klar. Kapitän, ei ei, alles klar, wir können jetzt losfahren. Legt euch rein, ja. Das hört sich eher an, ob bei einer Kanonenkugel irgendwas abgeschossen wird. Aber naja, jetzt kommt der letzte Kampf auf dem Schiff. Verraschen, die mögen ihn wieder mal? Anscheinend nicht, aber irgendwas anderes hat sie erschrocken. What the hell? Achso, ein Vogelmensch. Und Kartenbastare? Ach, geil, okay. Ach. Monster unter Deck. Und noch mal ist einer abgekratzt. Lass mich das doch gleich machen. So. Hey. Das war mal leichter als der Echsen-Typ. Und... Ja, okay. Es ist wieder mal ein Ruderer. Das ist einfach Copy-Paste. Einfach Männer-Copy-Paste hier gemacht. Ja, okay. Das muss ja im dritten... Soll ich jetzt insgesamt vier Kämpfe machen, bevor ich gegen die Kraken kämpfe? Das könnte auch sein. Soll... Das würde passen. Ja, okay. Ja, ganz ruhig, Mann. Ähm... 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 Ja, komm. Hehe. Der Führer muss auch mal ein bisschen arbeiten. Der muss mal ein bisschen abspecken hier. Oh. Es wird Zeit zum abspecken. Ich glaube ihm gleich mache ich noch eine Frau hier rein. Emanzipation, ne? Gleichberechtigung. Jeder muss sein Ding tun, was er in seinem tun muss. Mein Gott, noch mal. Warum immer wieder Copy-Case? Wieso? Mh, 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 mh. Demn, 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 demn. Demn, demn, demn. Demn, 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 demn. Demn, 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 demn. Ah, das ist bisher wirklich die langweilte Stelle. Ich frage mich, was los ist. Das Schiff sollte nicht so stark schaufeln. Isaac! Äh, Isaac aufs Deck. Isaac, da ist ein riesiges Monster am Deck. Ähm, wenn ihr nichts unternehmen, werden wir sinken. Du musst uns helfen. Wenn dieses Schiff sinkt, war unsere ganze Mühe umsatz. Lass uns ein paar von diesen Seemons entstammen. Okay, aber erst mal Stand-By. Alles auf Stand-By machen. Weil jetzt gleich ein Bosskampf kommt und wenn ich das schon vorher alles habe, ist alles besser. So, so und so. Sainz. Mithor ist Sainz. Sainz ist das hier und Boreas. Thor, erscheine! Wir sehen auch mal diese Animationen an. Sie ist aus wie ein Wikinger, aber wenn man Thor hört, verbindet man auch diese Kombination mit ihm. Sie müsste auch gleich sterben. Das jüngste Gericht. Das jüngste Gericht. Klar. Klar. Ganz klar. Die haben auch diesen Angriff auch überlebt. Und Boreas. Ich glaube, Boreas haben wir schon gesehen. Ja, das haben wir schon gesehen. Der muss ja gleich sterben. Dunkelsegen? Scheiß, Tittenfisch. Wieso habe ich so viel Schaden gekümmert? Okay, Meteor. Das müssen wir jetzt zum Tittenfisch gemacht haben. Also Tittenfisch-Ringe. Da kratzt man doch ganz schnell Hunger. Ähm. Eragnerwölk. Warte mal. Wieso, ich mache aber die stärksten Attacken. Heilmeister. Tonspitze. Tonspitze. Eruption. Tornado. Warte, du kannst heilen. Das könntest du wirklich machen. Auf dich selbst. Man stirbt da eigentlich. Ah, jetzt. Perfekt. Ähm. 23 erreicht. Gut. Gut, gut, gut. Dööö. Danke, Isaac. Du hast dich gut gegen diesen Kranken behauptet. Was für gut. Das war sehr gut. Wir haben aber noch einen Ruderer verloren. Äh, ja, okay. Geh mal rein und such mal nach einem Ruderer. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich bin nicht so traurig. Also gut, nimm dann Platz ein. Emanzipation, Gleichberechtigung. Jeder muss seinen Teil hier tun. Ja, ich bin ein Monster. Na und? Ich hab nur das zum Wohl der ganzen Mannschaft getan. Mhm, 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 Kur ist klar. Und damit ist auch das Schiffsding-Sau endlich fertig. Dann müssen wir nie wieder Schiff fahren. Jetzt kommen die nächsten Dinger. Aber egal. Ja, aber... Ich muss sagen, ich geh schnell mit diesem Projekt fertig. Weil ich hab schon über... Ich hab schon 60% des Spiels geschafft. Jetzt fehlen nur noch optionale Dinge... Äh, optionale Dinge und noch paar andere Dinge. Danach bin ich eigentlich fertig mit diesem Spiel. Aber Gunslan 2 dauert viel, 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 viel länger. Ich kann mich selbst daran erinnern. Und du saß an dieses Spiel noch länger dran. Und da hat man noch eine größere Weltkarte. Und man ist nicht so begrenzt. Okay. Land in Sicht. Wurde in der See nichts. Hey, ich kann Land sehen. Ist ja schön. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Und wir landen jetzt woanders. Wir haben es geschafft. Endlich. Wir können froh sein. Dass wir alle an... Dass wir alle die Kraft... Alle, was? Dass wir alle die Angriffe heil überstanden haben. Ah, okay. Jeder sagt jetzt etwas dazu. Die anderen Passagiere sind schon von Bord gegangen. Sie haben sich nicht mal verabschiedet. Und du? Wir müssen nicht mehr rudern. Oh, was für eine Erleichterung. Und was sagt die Frau denn dazu? Das Schiff zu rudern war lustig als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin dabei richtig kräftig geworden. Ich gut. Mannsweib. Schaut euch ihren dicken Bizeps an. Danke für eure schwere Arbeit. Eure Bemühungen haben dieses Schiff in den sicheren Hafen gebracht. Ich danke euch nochmals. Beeilung. In Toilby hat bereits Kolosse begonnen. Ihr solltet euch auch nach Toilby aufmachen. Wenn wir machen. Keine Sorge. Schaut. Äh. Haut rein, meine Leute. Warte. Hier in der Kiste... War ein Schatz drin. Gut. Warte. Wohin noch. Hier war noch ein Schatz. Ach ja. Wenn ihr schon dabei sind, machen wir... Gehen wir aus dem Weg. Warte. Warte. D nerf-lau-dex. 裸-lau-dex. Gцию. Wo ey? Weak Rdn. Warte. Du. So. Aber ich reicht keine. Wenn sie in der신prit. Warte. Quas wird für die Handel nicht wahrgenommen. Ich habe mich aber Meck. Und hoffe. Ja. Komm zurück hier raus. bisschen damit geht es ja geht da findet man einen schatz habe ich so gelesen jetzt und den hole ich mir doch gerne mal ein heiltrank okay ich bin mit dem heiltrank dahin gegangen okay das geht ja noch geht ja noch ja okay und ihr ne nach toby wollt dann geht einfach nach westen es ist nicht weit hier da kann ich bestimmten karten kaufen oder so und du ach ja dass ich die seine schloss über blockiert daher dachte ich meine eltern würden schiff kommen aber ich kann sie nicht sehen wie war das ihr habt eine nachricht von meinen eltern für mich ja wo sie konnten nicht kommen weil die tickets zu teuer waren danke dass ihr mich beinformiert habt ach ja stimmt die tochter stimmt schon schon ich hätte das vergessen aber gut dass wir das jetzt gemacht haben die musik ist toll hier ist echt so hey was geht ach wir haben jetzt verschlafen und sie ist das glosso und kolossium voll oder was wir können jetzt nicht mehr rein da sehen wir uns das könnte ich mal da rein warte enthüllung wusste ich doch ich habe eigentlich so viele items eigentlich ich gar nicht brauche noch warte mal ich zeige euch mal die items seitdem sind eigentlich nur zum hochbuschen da wo sind die items apfel versteckt attacke benutzen attacke hier machst du okay maxim kp das hättest du gebrauchen können hebt glück an glück ist hier vier sechs fünf du kannst es gebrauchen minze schnelligkeit 165 gott bist du langsam okay dann haben wir das alles jetzt immer einkaufen wenn du aus dem weg gehen würdest dankeschön dankeschön artefakte ne ne das nie wieder mehr panzerrüstung dankeschön nein will ich nicht silberweste ne 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 wams wams ne 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 bretterschild mein gott wie viel trickst du denn mit dir rum ich höre mein telefon das kann ich eigentlich wegwerfen das kann ich wegwerfen das kann ich wegwerfen äh verkaufen meine ich das scheiß telefon klingelt wieder mal so oft die kaufen ich will kein spiel ticket danke mit der schild oh mein gott ich hab das jetzt wieder mal gekauft ähm verdammt nein ach ich was mache ich wieder mal hier äh wo ist mein dragen schild schutz vor feuer ja okay das wäre eigentlich gut aber ich scheiß drauf kaufen dün 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 der ... und hier. Panzerkappe. Was ist heute mit diesen scheiß Spieletickets? Warte, kann man die nicht irgendwie... ... ... Spiele-Ticket, kann man das nicht im Lotto? ... wie ich das gewusst hätte. Warte, ich habe dir eine Idee. Er soll das bekommen und nochmal für sie. Okay, dann haben wir das jetzt schon bekommen. Diesmal Waffen. Artefakte. Artefaktisklinge. Elfenrapier. Gaunerschwert. Echsenstab. Froststab. Amt der Engel? Hm. Er kriegt das mal. Von den Froschstab kriegst du... ...jab. Ach, die Zeit habe ich jetzt gerade so gesehen. Ähm... ...kaufen. Was gibt es noch? Große... ... Ach komm. Das mache ich jetzt noch hier in diesem Part. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. ... ... ...